Leute können einem Geschenke schicken. Aber weißt du... Du kannst sie nicht mal ablehnen, das ist voll dämlich. Ich glaube, ich mach dir lieber nicht auf, weil... Gifts sind Gift. Wer ist dabei, das war ein Gedan, nicht mehr mitmachen. Hallo! Und... Herzlich... Willkommen... Zu... Einen... Neuen... Video! Und der Paladin sieht ein neues Video. Nein, ein neues Video. Das ist super. War das jetzt die Begrüßung? Leid ist dran jetzt, wir erklären jetzt noch was passiert. Im... Hauptmenü... Von... Paladin... Was... Spielen wir heute? Wir... Spielen... Heute... Paladin... Was hast du gesagt? Ich? Ist das jetzt dein Wort? Wir spielen heute eh... Alles klar, okay. Genau, okay. Ja... Im Cut... Ja, wir sind hier heute zu fünft am Start mit dem Kessler. Hi, moin! Den Flatox... Hallo! Dem Light... Hey! Und dem Saptalin... Yo! Und wir spielen heute die Random Champion Challenge. Das heißt, keiner von uns wird was picken. Wir sind zu fünf und jeder kriegt einfach einen Random Champion zugewiesen. Und dann gucken wir einfach was passiert und... Let's go! Übrigens, alle sind unten in der Beschreibung verlinkt. Also, falls ihr verschiedene Sichten sehen wollt, dann braucht ihr einfach nur ein bisschen durchklicken. Ich mein... Ja... Die ganze Zeit immer nur Damage oder so anschauen... Das tut es bisschen langweilig. Deswegen, wenn einer von uns jetzt hier da kriegt, dann schaut da auch mal vorbei, ne? Ach du Scheiße... ZAPTANIL! Oh! Ying! Was spiel ich denn? Fahre! Fahre! Kinesa! Scheiße, Alter! Zum Glück ist Kinesa so stark auf der Map! Zum Glück hab ich Aim! Ach ja! Ich will jetzt was sehen vom Damage, ne? Ja, let's go! So, das wird... Wir rasieren ja durch, Flatox, oder? Ja, easy! Die haben nur ne 51er wie... Äh, Ibi... Ups! Und ne 16er Kinesa, die klatsch ich easy! Und 39er Makor, also das wird ja einfach... Und nur 74 Drogos! Ja, Makor überlässt du mal mir! Oh, 74! Ich dachte, 51er das höchste... Ach, easy! Das wird doch kein Problem, ich will meine Level 3 erwivieren! Lutz, haben wir ne Taktik? Let's go! Haben wir ne Taktik? Oder push ich einfach mit da? Rauf da! Rauf, ja! Kommando rein! Ja! Da muss ich mal zu hinkommen, also... Kerngedanke rein! Wo... Wie spielt man eigentlich Kinesa? Ähm... Kopfschluss! 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 Du musst einfach nur auf die Köpfe klicken, ist ganz einfach! Igelei! Genau! Ja, genau! Igelei! So, glaubt ihr macht genug Schaden oder soll ich auch mit auf Schaden spielen? Ey, was ist das für ne Legie, ihr wisst aus dem Maul oder was? Immer was ordentliches! Wer ich oder was? Ja, natürlich du! Ja, das war jetzt die Frage! Kriegen wir genug Schaden rein oder? Äh... Ne, kriegen wir nicht! Also kann ich mich auf meinen Heater verlassen, ja? Ja! Das ist Saturday! Sehr gut! Dann spiel ich, spiel ich Feuerball! Feuerball, Junge! So ein großer Feuerball, Junge! Bam! Ey, wenn wir Punkt holen, stellen wir uns alle auf den Punkt und machen gleichzeitig Emote! Gute Idee! Wir werden hier nicht... Toll! Ganz links kommt wer? Oh, lo! Hier ist niemand! Ah! Leid ist da oben jemand! Ich glaub, die sind überall! Ja! Ich push! Ich stell mich auf den Punkt! Hallo! Hallo! Hast du den? Hallo! Ich hab ihn! Alles gut! Droga ist down! Ich hab Kinesse gefunden! Oh Leute, hier war das los! Ah! Sorry! Zapta! Help! Help! Ich kann nix machen, wenn du allein auf dem Punkt stehst und so alle leben die ganze Zeit! Ah! Ist voll hier! Bringt nix! Längst die... Die Eevee? Makroas auch? Eevee, die trifft nix, aber die versucht irgendwie... Ja, die macht krasse Plays! So ähnlich wie wenn ich Eevee spiel! Ich hasse Moji! Das ist echt kein geiler Champion! Ich hab Baby Jan! Ich bin tot! Ich bin langsamer, wenn ich schieße! Eevee ist immer noch hinten! Ich hab absolut gar nicht! Komm mal mit hoch! Die versucht mich zu flankieren! Kannst du bitte die! Los! Light! Du hast sie! Jetzt geht die wieder weg! Meine Schwester! Kann einer in der Mitte contesten? Dauert kurz bis ich wieder... Ähm... Ne, ich grad leider auch nicht! Ich hab grad wahrscheinlich gesehen, ich sterb einfach nur instant! Oh, da hier ist Eevee! Hilfe! Ah, ich bin da! Ah, Junge! Ich hab richtig kassiert! Wir sind also gar nicht eingespielt, so! Das ist gar nicht so geil! Doch, das muss genau so laufen! Ja, das ist perfekt! Ist schon geplant! Wir geben denen einfach ein bisschen Scheiß! Ey, du sollst ja auch gehen! Das war alles so! Das ist ja geplant! Wir wollen ja nicht... Ich geh da mal kurz... Fertig machen! Wir wollen sie nicht demotivieren und frustrieren! Deshalb spielen wir jetzt grad etwas schlechter! Das ist halt... Ähm... Wir sind nett! Komm, das überlebst du! Ja! Jawoll! Sehr schön! Den er weggeholt hier, den... Ollen! Ist ein bisschen hier gelaufen! Ne, doch nicht! Hilfe! Ah, tu! Gesundheit! Danke! Meines! Oh oh! Perfekt! Bin ich mit Papas Schlumpf! Kriegst du mich wieder hoch? Ne, ne? Ich holte einfach! Ich hätte einfach links geklickt, weil... Naja, ich bin wie Weah! Du bist so ein bisschen alleine oben, so, ja! Guck mal da weg! Oh Gott, wäre geil! Die dumme Knister die ganze Zeit! Die steht auch völlig... Gechillt hier! War das ein Headshot? Down! Ne! Ei, ei, ei! Hier passieren Sachen! Es tut so weh, aber... Ja, wenn wir genug Ausbrennen haben, dann ist das die... Die, 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 die Ding... Ah, sehr gut! Genau die! Der Schmitz! Ich bleib mal hier oben, ja! Das heißt natürlich, kann ich nicht heilen, wenn du komplett in Hygiene reinschließt! Ne, ich wollte nur! Sorry! Ich hab mir nur schicksal den Drogas geholt! Ja, okay, nice! Ja, ich glaub ich kann mal wieder runterkommen, ist echt safe! Leid! Okay, vergisst was ich sagte! Ja, ich bin down! Aber es läuft doch eigentlich grad! Okay! Ja, es läuft total! Sind alle tot! Ja, ihr wisst ja! Schade! Hinter uns! Hinter euch! Oh, scheiße! Ich bin da unten! Ich auch gleich! Ja, ich kann nicht da drin nicht heilen, wenn du drin stehst! Ah, sorry! Ich komm rückwärts raus! Nicht! Hat ihr mir auf die Füße geschossen, die Fotze? Ey, nicht solche Wörter hier! Ei, ei, ei! Was auf links, die Eevee! Nein! Ich versuch hinzukommen! Ich bin noch da! Ah! Kein Contestant, sorry! Ah! Soll ich das jetzt wirklich schaffen? Ich ult noch mal! Komm, wir schafften auch, schade! Oh, down! Komm rein da! Ah, Eevee ist ja hier noch! Eevee ist down! RIP! Gerookt! Tot! Ah, unglücklich! Ah, ey! So, jetzt haben wir sie! Ja, easy! Ja, ist auch schon los! Report Guinness! Die hackt! Ja! Das muss es sein! Alter, habt ihr es gesehen? Soll ich es nochmal machen? Pass auf! Stellt euch mal runter! Ich hab was für euch! Okay! So, seid ihr ready? Ja! Wow! Also, stellt euch mal alle hier auf! Und dann machen wir Emote gleichzeitig! Okay! Das B, ja! Das war B, oder? Ja! Drei! Zwei! Eins! Pfff! Das ist das B, das! Auf geht's! Okay! Wollen wir mal alle links flanken? Ja! 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 Absolut! Auf geht's! Oh! Das wird so keine Idee! Ja! Das war... Geil Idee! Auf geht's! Auf geht's! Er geht nicht down! Was fällt ihm ein? Hab ihn! Wie wir sind da oben? Also! Aber! Okay! Okay! Dadurch kann ich nicht heilen! Cool! Bruder! Muss los! Ähm! Wo bist du überhaupt? Wieso warst du da vorne? Flenknässer! Ehh! Ey! Ich war nur da wand! Das ist verallt! Das ist Betrug! Ne! Ne! Das kann nicht sein! Echt! Das ist easy! Na ich bin ich! Ach man! Digga! Das kann auch diese easy! Down! Ja moin! Ich hätte mal wieder gar nichts gehen! Ich komme doch mal wieder hier! Ab ihm! Oh! Akua! Kommen wir noch ein Punkt! Wir haben gleich nämlich eingenommen! Sorry! Bin da! Schaffe ich noch! Schaffe ich noch! Hilfe! So! So! Digga! Was? Makua? Der chase einfach mich down! Okay! Achso! Makua ist hinterher! Ja! Der wird gleich ulten wahrscheinlich! Nö! Fähig gehabt! Wenn den einer kiten kann! Und die habt ihn ja so getötet! Die ist immer noch irgendwo oben am Leben! Aha! Overtime! Hey! Die Sarah ist hier! Die muss doch mal sterben jetzt! Das kann doch nicht sein! Double Kill! Na ja! Jings ist ja auch OP! Sehr schön! Sehr gut dass er nicht rauf geht mit seiner Ulti! Der hat schon geultet! Ich glaube ich! Aber die ist ja nicht funktioniert! Ist er ja dabei gestorben! Oder nicht! Oder der hat auch normal geultet! Er ist gestorben! Weil ich weiß nicht wie er durch die Ult! Also nach der Ult gestorben ist! Nee! Das kann ja nicht sein! Weil sonst wäre er ja 10.000! Ja! Tschüss! Ähm! Ja! Das war Fail! Ähm! Keiner Push gerade! Ich bin down! Ich spammer! Ja! Loll! Loll! Iwi! Iwi hinter uns! Loll! Ähm! Okay! Ja! Es sind die Fernando Pro Plays! Aber ich brauche hier! Ich bin tot! Ah! Nicht gut! Ich probiere mal! Ob jingen sie hier nicht immer noch! Das würde mich mal interessieren! Run, Boy! Run! Love Forest! Blenden sie! Ah! Geil! Der Rest liegt direkt verkackt! So! Wir können wieder pushen meiner Meinung nach! Mako ist oben! Sind alle da? Weil dann ja! Ich glaube hier müssen wir sogar wirklich mal das Team zusammenarbeiten! Ich bin down! So! Die haben wir jetzt! Komm! Die können nix! Ich versuche die Kinesis Service in Kinesis Tour! Droos will mich haben! Er mag mich! Er mag mich! Der steht oben! Und das ist ein Eevee hinter uns! Leid! Du belebst das! Wieso schläfst du mich mal Korr? Ach man! Oh man! Warum macht Cyrus das überhaupt ey! Das ist eine Person! Das ist einfach nur mich! Was ist das nur noch nicht? Ich wollte es wahrscheinlich in den hinteren drücken oder so! Ich hab mal ein bisschen gepusht! War sehr schön! Obwohl nicht wirklich! Der Versuch zählt! Der Versuch zählt ja! Eevee! So Leute! Jetzt gibt es aufs Maul! Jetzt sind wir wieder da! Mako hat mich gerade in einer Suizid Mission umgebracht! Der ist auf der Tick gesprungen und hat mich mitgeholt! Tschüss! Schöne Sache! Leider sind wir alleine! Nur wir beide? Nein wir kommen gerade! Ja! Das ist irgendwo eine Mine von Kineser gewesen! Ja die hat mich auch gepusht! Nice! Sehr schön! Ich push Mitte! Ich platziere Klone hier! Das passt schon! Cyrus is down! Schick schick! So jetzt gehts aufs Maul! Nice! Hat er grad gemodelt! Hinter uns noch Eevee! Mhm! Nächster kommt! Nächster kommt! Ist er leider nicht getroffen? Dann ist die Cyrus irgendwo! Gleich gegen wir! Aua! Ist Eevee noch hinter uns? Nein! Doch! Ist sie absolut! Absolut! Ich bin verwirrt von allen Seiten angeschossen! Nein! Aua! Nächster und Eevee gleichzeitig! Brauch ich ulten oder schaffen wir es nicht mehr? Das schaffen wir nicht! Okay! Dann selten! Schade! Oh! Ich hab mich noch geholt! War ein nice try am Ende! Ey! Sexy Nu! Sexy Nu! Und Schmitz! Gegen Pitbull! Sexy Nu! Okay! Let's go! Dann holen wir das jetzt! Jetzt haben wir die! Nochmal links pushen! Soll ich mitkommen? Eigentlich kannst du nicht woanders positionieren! Weil dann kannst du sich auf uns! Du kannst die alle von hinten wechseln! Oh jo! Jo! Das ist einfach schon direkt! Ich hab lange ihn erlebt! Aaaaaaah! Der Drogas! Der Drogas! Der Drogas! Der Drogas! Schnell verzieht dich der raus! Ah! Der Drogas ist ganz low! Auf dem Punkt! Ah! Der Drogas ist ganz low! Aber das funktioniert bei mir nicht! Der Drogas ist echt ganz low auf dem Punkt! Aber ich komm nicht hin! Dima Koa! Dima Koa! Dima Koa! Dima Koa aber auch low! Einer! Einer Dima Koa hinterher! Ne ist wieder voll! Ah ok! Sorry! Ich muss einfach alles zweimal sagen! Dima Koa! Da kann ich nicht hoch! Ivi hinter euch! Oh! Ja! Komm! Die ist doch gleich dauernd! Mach die fertig! Nice! Sehr schön! Evi ist oben! Ich werde von allen Seiten angeschossen! Und in dort! Ja! Ah! Nicht gut! Moje! Junge! Die Ivi! Die haben auch schon hart viel Ausbrenner! Sobald wir Ausbrenner 3 haben! Weil wir spielen besser würde ich sagen! Bei welchen Seiten? Und wir müssen uns jetzt mal aufprobieren! Du hast es nicht verstanden! Ähm! Der Ivi ist hier drin! Ihr seid irgendwo da! Und der Wald nicht! Viertel Mako! Der ist fast low! Also fast low! Fast low! Ja! Das ist mir gerade aufgefallen! Drogos ist da auch irgendwo! Hm! Hinter euch ist noch die Ivi! Ja! Und Drogos ist da auch irgendwo! Drogos ist auch noch hinter uns hier! Ah! Mit full life! Oh mein Gott! Hat die gerade geultet oder was? Weiß nicht! Er kommt zu Drogos! Pass auf! Ne! Tu doch nicht! Ja! Der hat Angst vor mir gehabt! Geil! Und das war auch richtig! Ich hab das gesehen nicht immer! Ja! Oh! Der will mich holen! Ah! Ich krieg die Kinasa leider nicht! Ich bin down! Ja! Wie gesagt! Die Ivi macht gut Tara Cash bei euch! Nein! Das ist Makoa! Wie gesagt! Ach das ist Makoa! Die alte Sau! Das ist Half Night Baba! Naja! Was passiert hier? Schaffst du das oder? Okay! Kein Ding! Eigentlich schon! Ich bin wieder auf dem Weg! Wo ist die Ivi hin? Er kriegt jeden keinen Healing mehr durch die Ivi! Oh mein Gott! Das ist Hügel! Ich bin wieder down! Digga! Was ist denn los mit diesen Typen? Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Stirb doch! Ah! Ah! Es war viel Schönes dabei gerade! Ah! Ist klar! Ja! Jetzt machen wir gleich nochmal die Mitte! Und dann nochmal! Und dann nochmal! Und dann nochmal! Hi! Na wie geht's dir gehen? Ah! Danke, dass ihr mich hierher werdet! Und wie geht's euch allen auch? Sind sie mir zu Overtime geschafft! Ah! Ja klar! Ja klar! Ah! Also falls ihr auch irgendwas Gutes sehen wollt, dann schaut bei den anderen vorbei! Denk ich mir auch! Alle rechts flankieren die Schnauhe! Rechts oder links? Rechts! Lass rechts gehen! Rechts! Koordination! Jetzt kommen sie doch! Verdammt! Wollten sie auch... Ah! Links! Was für ein Spaß! Der Marko ab und eh! Hat sich in den Tod gestürzt und hat nochmal einen One-Adee gemacht, um mich mitzunehmen! Haha! Hat er wohl mit mir auch gemacht! Ist so richtig! So! Wo sind die meisten? Sind die rechts oder links? Ja, sie sind hinten! Ach man, das kann nicht sein! Wieso bin ich so schnell tot? Ja, Hedge schon, ey! Ich bin tot! Fuck! Ivi ist oben! Ah, wir sind alle tot! Cool! Ich komm nochmal! Ach cool, das ist mein Klon dich da nicht hier! Ah doch, du da! Jetzt! Ja, das war ein Fehler, mein Freund! Drogas ist vorne! Oh! Ist er halt unten in der Mitte? Ja, let's go! Drogas kommt rein! Oh, lol! Hinter euch, der ist Drogas ist relativ low, ne? Ja, ich hab den! Ich muss euch das mal healen hier! Schön! Das sieht gut aus, Jungs! Das ist noch Kinester-Fucht, Jungs! Hat sie! Das sieht gut aus! Die Ivi! Noch ein bisschen Mitte tappen? Überall! Das sieht gut aus, Jungs! Auf, Makor! Ah ja, jetzt kommt die Hure! Oh, er ist durchgedingst! Och, die Ivi mahnen jetzt immer tot! Oh, jetzt sieht's tatsächlich nicht mehr gut aus! Doch, doch, das schlafen! Easy! Und ich bin tot! Ja, shit! Wir müssen nur daran glauben! Ah, fuck! Jesus Christ! Aua! Jetzt verlieren wir das noch! Es sah richtig gut aus! Oh, dieser dumme Ruck! Kein Glück! Ah! Unglücklich! Leute, guckt euch den Nando an! Kennt ihr den? Ne, wer ist das? So, jetzt erst mal die, die ich noch nicht als Friends hab! Oh, Leid! Du hast ihn da richtig durchrasiert! Ich hab's gedacht! Ah, und wer macht die Abmoderation? Ähm... Klar, Trox, macht die Abmoderation! Sehr gut! Nett, dass du dich freiwillig meldest! Ähm... Schaut euch bei den anderen vorbei! Ich weiß nicht, ich nehm normalerweise meine Anmoderation immer voran auf und kopiert sie einfach nur noch vor! Ja, tschüss, ne? Ciao, haut rein! Tschüss! Bis nächstes Mal! Ciao!